viel spaß und herzlich willkommen zu einem neuen video heute reagiert Santiago auf SpongeBob Charaktere in real life bin ich mal so spannend Oh ho 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 Haha Ja 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 Haha Haha Ah Hahaha Hahaha Haha 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 Sprey Oh Ja. Ja. Ah, jetzt muss ich erst mal die laute Musik aufmachen. Das war doch sehr unterhaltsam, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, schade. Das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu.